Moin Moin, Moin Mädels, Moin zum Xbox-Font Twitch-Stream mit Wolfenstein, The Old Blood. Wir machen weiter, wo wir gestern kläglich gescheitert sind. In der Rage, wie auch immer, ich mache weiter, in der Hoffnung, dass es heute auch mal nicht abstürzt, so wie gestern. Ja, wir sind immer noch Kapitel 4 in Mission 1, auf der Flucht aus Castle Wolfenstein. Und wir sind gestern irgendwie unter Wasser in irgendeiner Höhle oder so gelandet. Mal sehen, Moin Reaper, Moin Paula, Moin Lowe, Moin Kane, Moin Genmo, Moin Poxy, Moin Zidmog, Moin Dark, Moin, hab ich einen vergessen? Moin Luke, und hier, der gute Egon ist auch noch da, Narune hat sich immer noch nicht gemeldet. Äh, tja, muss ich mir überhaupt einfallen lassen, war, dann gehört er wohl bald hier zum Inventar bei mir. Ich nenne ihn jetzt Egon, weil ich noch keinen besseren Namen habe. So. Soll ich jetzt mal ein bisschen... Oh ja, super. Ach, ich habe kein Messer zum Werfen, okay. Ich versuche jetzt mal ein bisschen sneaky. Sneaky, sneaky. Ach, du blöder Nazi-Penner. Interessant, ja. Ach, shit. Hören wir doch auf. Vampir, okay. Was immer das bedeutet. Mann, das war aber jetzt mehr oder weniger Glück, hä? Äh. Tchall den Kral, ja. Scheiße. Gut. Warum wird denn die Musik jetzt so spannend? Mit erreicht. What the fuck? Ach, ihr Penner, wie, hä? Hä? So richtig entdeckt haben sie mich aber nicht, oder? Hat er jetzt einfach mal so aus Spaß und Freude hier eine Granate hingeworfen, oder was? Ja, jetzt ist die Kacke. So ein Quark. Wie haben die mich denn jetzt entdeckt hier? Ja. Klar, Freunde. Das ist aber nett, Herr Offizier. So ein Trottel. Das finde ich ja mal sehr geil. Dass der sich mir direkt zeigt. Das ist ja super. Wow. Das dürfte keine weitere Verstärkung mehr kommen. Sondern nur die, die halt schon da sind. Oh, das schläft ihn verzieht, ey. Jetzt bist du tot. Puh. So ein Drecksack. Ja, ja, genau. Nein. Na ja, wohl. Shit. Ah, shit. Ach, Kacke. Das ist das Geschütz da oben. Das ist aber nicht schlau. Man sieht aber auch kaum was, ne? Mal einmal anfangen zu ballern hier mit den beiden Dingern. Okay, läuft doch. Okay. So, noch einmal hier durch. Sehr schön. Was hast du noch? Nichts. Das Geschütz noch weiter oben hier. Shit. Voll-Trottel. Passt doch. Das läuft doch. Wo war denn gestern nochmal genau das Problem? Ja, Heilung. Das nehme ich mal nicht mit. Das ist nichts hier. Abteilung 2. Ne, wie. Ja. Alles klar. Scheiße. Oh, fuck it. Oh. Dreckschwein. Der immer noch. Das geht so gar nicht. Was hat ich denn? Irgendwas anderes geiles? Ne. Ach, ein Hoch auf die Dummita-i. Alter Schwede. Versteckt sich einfach mal so ein Dickerle. Scheiße. Scheiße. Vielleicht lieber stehen lassen sollen? Ne. Ach, Mist. Na gut, hab ein bisschen mehr Munition. Ich mach's Holz. Was ist das? Ah. Scheiße. Wow, die sind ja evil, die Dinger. Mann. Oh, und da liegen die schönen Teile. So ein mieser Mist. Was ist denn das? Ist das hier so eine Schuttrutscher? Oder eigentlich sieht das aus, als wäre da unten noch ein bisschen mehr. Ja, hä? Warum sollten die Schutt von oben nach unten hier in die Höhle hauen? Hm, noch eine Granate. Schön. Okay, dann... Noch unten, wie es scheint. Und nach oben. Dann kommen wir bestimmt gleich wieder Dronen an. 34 Schuss. Hm. Immer so. Ich bin mal nicht sicher, ob ich da wieder hochkomme. Ich guck erst mal da. Okay, hier ist nichts weiter. Oh, und sie klingelt nicht. Was ist denn shit? Tatsächlich so eine Schuttrutsche. Kann ich da reinhüpfen? Das wäre ja geil. Ich glaube, da bleibt drin stecken, der Schrank. Na gut, dann hier da. Ah, jetzt bin ich hier unter der Brücke. Okay. Cool. Suche das Dorfgasthaus. Dann vielleicht lieber mal wieder damit. Freiheit. Ah, ist das nicht schön hier in Paderborn. Ein Traum. Das schöne Paderborn, so wie ich es in Erinnerung habe. Ja, ganz groß. Sonder sicher ist, dass das Ding hier nicht gebaut. Oha. Oh. Okay. Drücken. Oh. Huh. Leute. Mal langsam hier. Gold. Nice. Oh shit. Oh shit. Alter. Ich bin mal nicht so laut. Danke. Wieder super geklappt. Oh shit. Oh shit. So eine Schwerverspacke. Oh. Alter. Ja, ach komm. Wow. Die miesen Nazi-Schweine hier. Diese Penner. Gut. Oh, ich mach mal nur eine. Ach komm ey. Was ist denn das hier? wieder so eine perfekte Drohne, ey. Boah. So. Ja. Kann man ja auch so machen, wa? Oder halt auch nicht, wenn man sich nicht dahin drehen kann. Ah, ja Schweine. Ah, ja Schweine. Kommt er ab. Keine Pussy. Ich hab' gar nicht gedacht, dass ich die Drohnen schon platt hab. So. So. Ach so, hier unten drunter ist die... Ach, ja klar, hier ist die Station, wo ich ganz am Anfang war. Ist klar, naja. Okay. Cool. Wo? Boah. 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 Boah, ich glaube, ich soll hier rein. Ach komm, ey. Jetzt war ich wirklich zu langsam. Welcher Aufzug fährt denn wirklich bis ganz nach oben? Da ist doch normalerweise oben Platz für Wartungsarbeiten und ähnliches. Das gibt's ja nicht. Der Tod war überflüssig, ey. Juhu. Noch mal drauf gehauen. Sehr gut. Jetzt und immer. Jawohl. Wow. Alter. War das gestern auch schon so schwer, also gegen Ende hin, aber am Anfang zieht schon ganz ordentlich an, das Ding hier. Denk nach, bitte. Denk nach, ja. Was gibt's denn da zu denken? Der große Denker ist er nun mal nicht. Fuck it. Oh, ihr Penner. Oh, komm, ey. Mann, Mami. Danke für deinen Follow, Mutti. Mann, oh Mann. Das ist aber auch eine beschissene Stelle hier. Vielleicht... ...lieber mit sowas. Nehmt nach, BJ. Nehmt nach, BJ. Nehmt nach, BJ. Nehmt nach, BJ. Idiot. Idiot. Okay. Geht doch. Mann, Kinners. So. Boah. Ich bräuchte mal wieder so eine Knarre hier mit der Explosionsmunition, damit ich den Scheiß auch verwenden kann. Aha. Was kommt da her? Noch mehr Moni. Was kommt da her? Boah. Boah. Die legen sich sogar hin? Okay. Das ist neu. Das ist neu. Klo kann ich nicht. So. Hier wartet doch garantiert auch die... Scheiße. Ja. Ist ja. Der Haufen Scheiß noch nicht wartet. Ja. Ist ja. Der Haufen Scheiß noch nicht wartet. Ja. Der Haufen Scheiß noch nicht wartet. Komm. Mach mal hier. Sehr empfindlich das Fadenkreuz hier. Du weißt schon, dass da keine Deckung ist. Boah. Mann ey. Mit der Empfindlichkeit kann ich immer noch nicht so richtig zurecht hier. Ich muss auch nicht. Du hast doch gesehen, du Sau. Wie kommen denn hier? Wie kommen denn hier? Ach komm. Super. Habe ich ihm den Arm abgetrennt. Gut. Scheint es gewesen zu sein. Moin, Sartron. Moin, moin. Ich habe jetzt fast ein bisschen mehr Absicherung erwartet hier. Kann ich damit fahren? Schade. Mann. Wie viel Benzin die dabei haben. Eher an jeder Seite. Achso. Lass mich mal raten. Ah, okay. Ich dachte schon. Das hat mich jetzt sehr gewundert, wenn ich das Ding nicht in die Luft erhauen kann. Ach komm. Okay. Lass euch durch. Daher scheinen da nichts weiter zu sein. Na gut. Ach so. Ach so. Scheiße. Zum Glück steht ja kein Panzer. Und jetzt? Kann ich hier irgendwo die Tür aufmachen oder was? Ach hier oben. hmmm. Ach. Ihr spinnt doch, ihr Penner. Ach komm, ey. Wow. Wie nah denn noch? Och, ihr habt ja eine Meise, ey. Oh. Mann. Wollen die mir auf den Kopf scheißen oder was, die blöden Dinger? Ist ja übel. Gehen wir es mal so. Was hier oben drauf bleibt vielleicht. Scheiße, so lange wird das natürlich nicht getriggert. Das ist doch zum Kotzen. Nein. Nein. Boah, das war knapp weiter. Ja. Verliegen. Ich will nicht mehr, das soll mir recht sein. Er hat echt keine Lust, hä? Ach, schön, dass man dann so nach und nach die Rüstung abfliegt. Jetzt wieder, na klar. Was ist jetzt tot, du Arschloch? Oh. Das ist aber auch gut hier, Leute. Ah, what the fuck? Alter. Ich bin doch. Oh. Komm, ey. Was zur Hölle? Alter. Meinst du, es ist vorbei? Dann geht die Kacke erst richtig los hier. Scheiße. Was mache ich jetzt gegen das Ding? Ja. Klasse. Ey, das macht... What the fuck? Hä? Hä? Das war irgendwie ein bisschen strange, wie ich da umgefallen bin. Hm. Vielleicht, wenn ich versuche, mich hier drin zu verstecken... Ich bin da. Haha. Der Trottel findet mich echt nicht. Wo sind das scheiß viel? Kann aber so klappen. Ach. 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 Ist klar. Wenn das Vieh natürlich unsichtbare Todeskrallen hat, die durch Wände hindurch reichen, wo ich es noch nicht mal sehen kann, dann ich... Ja. Ach komm, ey. So ein Bullshit. So eine Scheiße. Das macht mir ja Freude sowas. Ich bin ja schon wieder tot. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß. Ich bin tot. Ist doch gut. Was willst du denn gegen das Scheißding machen? Das ist ja voll zum Kotzen, ey. Warum gibt's denn hier auch keinen Raketenwerfer oder sowas? Wie ist das denn? Ich bin doch so mobil wie ne Oma, ey. Ich bin doch so mobil wie ne Oma, ey. Ich bin doch so mobil wie ne Oma, ey. das ist zum kotzen das schlägt hier echt irgendwie durch die wand das scheiß ding woher soll ich denn wissen dass ich das nicht bekämpfen soll ich soll abhauen oder was das ist doch katsch alle anzeichen deuten darauf hin dass das ding fertig machen soll denn wo soll ich denn hinrennen da wo es herkamen oder was das ist doch quark ach komm ey du kackvieh ja nicht bekämpfen na ist klar wo soll ich denn hin hier geht es doch nirgendwo hin ach komm du kackpratze so eine scheiße das ist ja zum kotzen ich habe aber auch sonst keine waffen die mir irgendwie gut nützen würden und nicht mal mehr muniz für das scheiß hier ist überall viel rüstung ja ist toll nicht die munition wenn ich die waffe wiederhält das ist doch kacke ich finde immer nur munition dafür wenn ich eine davon nehme bin ich zumindest ein bisschen mobiler aber was willst mir das gegen die taktigen hier es ist ja bescheuert das ist ja ätzend die hat man irgendwie auch in beide new order hat man gegen so ein vieh auch mal gekämpft aber keine ahnung wie das ist nicht mehr so standard position schade es gibt böse hier mann einzige hoffnung besteht darin dass ich irgendwo einen bug finde wieder oder dass die KI halt wieder ein bisschen blöd ist irgendwie hier hoch gehen ist das ding ätzend ist das eine scheiße ist ja voll zum kotzen das teil das macht gleich wieder spaß sowas liebe ich ja kann ich hier nicht mich drin verstecken ach du arschhund ja jetzt haut er mich wieder durch die mauer kaputt ach komm ey ich versuche jetzt noch mal durch die lkw durch zu rennen ob es da irgendwie was gibt hier ist ja nichts höchstens sollte sich das ding vielleicht hier sprengen wenn es über so einen autokledder hat komm der faddel doch schon ach du scheiß ding ist das ätzend ey ist das beschissen ist das nervend ey ich weiß nicht ob ich irgendwo hoch kann ich finde nichts man hat ja auch nicht wirklich zeit sich um zu gucken mit dem kack ding hier bestimmt wieder irgend so was total einfache so naheliegendes aber ich kann natürlich wieder gar nicht erst die idee da zu gucken ach komm also hier ist nichts das abgestört hier ist doch auch alles verrammeln ja das ätzend ey ist nur eine scheiße naja es sind schon mehr als one hit aber fehlt nicht viel ja ach wieder weg drüben komme ich auch nicht lang kann man nicht drüber über die blöden barrikaden ist ja noch nicht mal so als könnte man sich hier groß umgucken ist ja sofort tot wo ist denn die rüstung jetzt hier hin ich glaube der ist auch rüber der nimmt gar keinen schaden wenn es hier gegen den hau das will er wieder nicht oder was hat keine heilung mehr okay ok also ich hänge auch jetzt habe ich den nächsten paar mal getroffen hätte das doch shit mal eine gelbe leiter links neben den tunnel ok habe ich jetzt gar nichts gesehen ach komm ich dort tatsache das mit leiters ja ja super bis er das scheiß ding anstatt dass er hoch springt und sich festhält nee muss er erst sein rohr auspacken alte pervers liegen hier mann das ist beschissen wieder oh gott lass dir mal noch mehr zeit ich muss dann wahrscheinlich wirklich wenn der über die autos hier drüber klettert irgendwie was machen die dinger dann die luft fliegen also ich habe keine ahnung ich kann mir sonst wirklich nichts anderes erklären hier ja doch leider jetzt hier drüber oder auch nicht das macht ja alles zunichte hier das scheiß ding bist du richter spielverderber du kackbratze mann scheiße hier kann ich denn so ein hund lahm legen ja irgendwie mit strom oder so wahrscheinlich aber hier ist doch weit und breit nichts in der nähe ja wenigstens mal zwei sekunden ruhe hätte gesundheitsfarbe ja ist klar jetzt auch nur gekriegt weil ich 2000 mal gestorben das habe ich überlebt faszinierend kann ich mir selber nicht so richtig erklären ja ist das ätzend ist das bescheuert also so dumm abschnitt in dem spiel hatte ich lange nicht mehr das ist ja auch nicht wie bei dark souls wo du wo man vielleicht einfach zu schlecht ist oder irgendeinen fehler macht im bosskampf ich kann ja hier nichts mal richtig machen ich kann nicht richtig ausweichen es gibt ja keine rolle die ich machen kann um den scheiß ding zu entkommen ach geh doch weg du hast mich gar nicht richtig getroffen du arschloch das interessiert auch ein scheiß drück ach das ist glaube ich nur kosmetik hier was ich mache das macht dem überhaupt nichts und jetzt cheat es wieder ach dieses drecksteil ach glaube ich nicht ich kann ja gar nicht das ding ist auch so schnell bis ich da eine granate geworfen habe oder bis die explodiert ist das ja schon lange wieder woanders kann nur jetzt mal hier probiosophisch einwerfen nö das ist jetzt nicht ein scheiß für meine granaten ach du kack ding oh ist das ätzend ist das schlimm ey sieh dir im tagebuch sieh dir im tagebuch nach genau ich seh gleich mal man ist das beschissen ich kann nicht denn ins tagebuch gucken flucht ja endlich aus der hölle raus andere seite der brücke dann weiter ins dorf ins gasthaus okay kommandanten das ding ist an aber ich weiß jetzt nicht was dein problem ist kann ich die irgendwie an machen oder was nutzen wir die dinger her ich muss bestimmte dinger hier erreichen ja aber ok kopf durch rohe geplatzt hier irgendwo was zu sehen also hier links ist die leiter auf jeden fall hier rechts ist nichts und wenn ich da versuche hin zu gehen dann bin ich tot und so bin ich ja auch tot weil das ding so schnell hinter mir ist dass es mich immer wieder ganz schnell zerhäckselt das scheiß ding so eine kacke so eine kacke dass ich mich hier so mit gesundheit vorher vollpumpen muss dass ich es dann irgendwie überlebe das ist besser vergessen der haut mich da so schnell platt das geht gar nicht man oh man das ding eine sensible stelle wo man treffen muss ja aber ich ich habe ja nicht mal die zeit irgendwie irgendwas anzuvisieren von dem ding der haut mich ja so schnell kaputt ich bin froh wenn ich es überhaupt treffe das hier scheint ganz gut zu funktionieren das hier scheint ganz gut zu funktionieren ach komm ja ne jetzt häng ich fest ach man ey ach ja ich benutze switch alerts so eine scheiße hier suche das dorf ja jetzt nicht ein neues ziel aufploppen zerstöre den killerhund hier hast du einen tipp so kannst du ihn zerstören ne natürlich nicht ach ach das ist ätzend das ist ein scheißvieh ich bin ja jetzt schon 20 mal mindestens gestorben hier an dem ding das gibt es doch gar nicht ich hoffe es nicht ja das nützt mir doch auch nichts wenn ich eine granate in das auto werfe dann fliegt das auto in die luft ja und dann ja super siehst du das bringt gar nichts dann fliegt das ding so in die luft es nützt ja nichts mal was wenn ich das auto sprengen wenn das scheiß ding drüber klettert ja ach du bist so ätzend wie tag ging moin filos moin moin das muss man im hintergrund offen haben twitch alerts ja ich habe wirklich keine idee das ist ja jetzt keine wissenschaft das spiel das ist ein mehr oder weniger stumpfer shooter der rennt natürlich da noch immer weg da ja hier irgendwo hoch vielleicht ach renn doch du affe ich kann doch nicht mal bescheißen hier ich kann doch nicht mal bescheißen hier ach ach und jetzt haut er wieder durch die wand ey das ist doch ätzend nichts wo ich mich hier verstecken kann da drüben komme ich auch nicht hoch und selbst wenn da wenn ich wieder klettern will oder muss dann muss er erst wieder sein rohr zurecht tödeln das dauert ja wieder eine halbe stunde ja ich raff das nicht das ist ja ätzend ey ach komm ich brauche nichts besseres an waffen es ist auch nicht so als hätte das ding irgendwie eine offensichtliche schwachstelle da leuchtet auch nichts rot oder so von wegen hier da kannst du das scheiß Ding am besten treffen das ist doch wieder tot das ist doch gar nicht ey das ist doch beschissen boah ist das zum kotzen boah man jetzt bin ich bestimmt schon eine halbe stunde hier ist ja super spannend eigentlich mochte ich das spiel ja jetzt fängt es mir an langsam richtig auf den sack zu gehen ach fick dich da auch gut guck mal Treztöder der ist auch mobil wie eine Schnecke hier der Typ ist nix mit schnell ausweichen oder so das ist wirklich nur hin die leiter und die kann ich auch nicht irgendwie runter ballern oder so ach mit denen habe ich gar keine Munni ist das beschissen ey ja die ist ja da drin gar nix wenn das Ding drüber klettert ich mach jetzt ne Pause und guck jetzt mal ob ich irgendwo was find bis gleich auf das das die ich glaube ich ich jetzt habe ich mir dazu